Ich habe uns übrigens den Rügen eingebucht. Ja, aber kannst du mich mal fragen, bevor du irgendwas buchst? Ich habe gar keine Zeit. Wenn wir schon nicht nach Malle können, dann fahren wir wenigstens an die Ostsee. Dann gibt es halt Ballermann in Benz. Sieht ja aus wie die Platte, in der wir mal gewohnt haben. Wir sind nur Rentner und Paare. Was ist denn mit deiner Tochter? Die ist drüben, aber verkegelbar. Und deine Frau? Weißt du was, dann erklär mir doch einfach mal, warum wir hier sind. Ich kapiere es einfach nicht mehr, weil ich verstehe es nicht. Was ist denn los mit dir heute? Und in dem Moment habe ich dann, glaube ich, realisiert, dass eigentlich jetzt erst so richtig Probleme anfangen. Ich bin nicht du. Bei mir bleiben Gefühle außen vor. Deine Gefühle bleiben immer außen vor. Du kannst es nicht verstehen, du willst es nicht verstehen. Jetzt lass es doch einfach nicht. Das gibt es da bitte schön nicht zu verstehen. Er ist ein Vater, du bist eine Tochter, du bist eine Kombi, die hat noch nie funktioniert. Caro, sprich mit mir. Jetzt, deine Chance. Du bist ja so einfach nicht. Du bist ja so einfach nicht. Du bist doch einfach nicht. Untertitelung des ZDF, 2020